Was ist die Frage nach unserer Existenz? Steffen Oswald beschäftigt sich in seinen Arbeiten mit uns. Dabei ist immer wieder die Frage nach unserer Existenz ein zentraler Punkt. Diese immer wieder akute und aktuelle Frage kulminiert im oswaldischen Kosmos, speziell in seinen Aktionen und Performances. Was bleibt von uns? Ein Hauptaspekt seiner Arbeit bildet Fotodilehre. Eine Art Identitätsfrage im aufgefundenen Fotosandlung von Haushaltsauflösung. Seine Auseinandersetzung mit dem, was bleibt und dem, was hinterblieben ist, nährt sich durch bekannte Motive. Menschen, die Hochzeiten halten, an Feiern teilnehmen, etc. Die Kontexte und Anlässe sind bekannt, die Menschen nicht. Über die brachiale Auslösung der Identität stellt Oswald die Frage nach dem Verschwinden, dem Untergang, der Überführung in das Vergessen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017